Wollen Sie auch, wie viele andere Unternehmen in Deutschland, Rentner beschäftigen? Dann sollten Sie drei wichtige Dinge dafür wissen. Das erste ist das Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht wird die entscheidende Frage sein, ist es in der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses ein befristeter Arbeitsvertrag oder ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Dann haben wir in der Sozialversicherung die große Frage zu den einzelnen Sozialversicherungszweigen. Das heißt, Besonderheiten in der Krankenversicherung, in der Pflege, in der Renten und natürlich auch in der Arbeitslosenversicherung sind zu beachten. Die sind unterschiedlich für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmenden zu bewerten. Und dann, das haben Sie alle mitbekommen, Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze ab 1. Januar 2023. Und als dritten Punkt das Steuerrecht. Denn hier im Rahmen des Lohnsteuerrechtes haben Sie zwei Tabellen. Da muss die richtige ausgewählt werden. Sie sehen also eine zahlreiche Auswahl an Besonderheiten. Und damit Sie hier alles richtig machen, melden Sie sich an zur Onlineschulung bei der Lexwehr Akademie. Einfach online auswählen und schon sind Sie dabei.